In Hilscheid war der Limes, die antike Grenzanlage der Römer, wieder ein Ort zum Feiern. Alle zwei Jahre präsentiert sich der Ort ganz im Zeichen der alten Römer. Das Limesfest, das nun zum siebten Mal veranstaltet wurde, hat sich mittlerweile auch überregional einen Namen gemacht. Bürgermeister Andreas Rath eröffnete die Feierlichkeiten und freute sich, neben Verbandsbürgermeister Thilo Becker weitere prominente Gäste begrüßen zu können. Ein attraktives und abwechslungsreiches Programm vom Limes-Turm bis zum Römerkastell mit vielen informellen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten hatte Besucher aus nah und fern angezogen. Rund um den Limes-Turm hatte eine Kohorte ihr römisches Lager aufgeschlagen und den Platz um den Turm in die Römerzeit zurückversetzt. Rund um das Lager fanden sich darüber hinaus eine Reihe von Verkaufsständen, an denen das römische Handwerk aus nächster Nähe betrachtet werden konnte. Neben Vorführungen und Workshops zum römischen Handwerk gab es eine Fülle von interessanten Stationen, die zum Lernen und Mitmachen einluden.